Antenne für Kinder. Niedersachsen hilft. Es ist uns einfach ein Bedürfnis, hier in dem Land für die Leute, die wir senden, machen wir das ganze Jahrprogramm. Und es gibt natürlich, und das wissen wir auch, aus vielen Reaktionen von Hörern, aus vielen redaktionellen Sachen, die uns erreichen, halt vielen Menschen, die es nicht so gut geht. Und es ist auch toll, einmal im Jahr ganz speziell zu dem, was wir sowieso schon machen, ein Zeichen zu setzen und da zusammen mit unseren Partnern und Hörern tätig zu werden. Da gibt es ja nun wirklich auch hier bei uns in Hannover, in Niedersachsen oder wie auch immer, die gehen morgens aus dem Haus, die haben kein Essen, die haben kein Trinken und dann sieht man die traurigen Augen und die traurigen Gesichter und das berührt einen und darum möchte ich für diese Kinder gern was tun. Das Geld kommt hier an. Caritas und Diakonie haben überall in Niedersachsen Stellen, Verteilstellen. Die Leute rufen hier an und sagen, wir brauchen für die Familie 30 Euro, wir brauchen für das Kind 15 Euro. Also wird hier eine Überweisung aufgefertigt, kommt, wird dort rüber geschickt und das Geld kommt ohne jeden Abzug dort an. Und dafür stehen Caritas und Diakonie zusammen mit Antonin Niedersachsen. Ich finde es hervorragend, dass verantwortliche Medienschaffenden die Idee haben, diese Kommunikation, die durchs ganze Land geht, zu nutzen, um Kindern zu helfen. Und das finde ich eine tolle Idee. Also was da passiert, glaube ich, ist eine wunderbare Bewegung des Helfens. Niedersachsen hilft, denn zusammen sind wir Niedersachsen. Ihr alle, Diakoniehilfe, Caritas und Antenne Niedersachsen.